So, so, so YouTube, hallo und willkommen zu Foundry. Ja, wir haben beim letzten Mal noch ein bisschen, bisschen, bisschen weitergebaut und die Level 3 und Level 4 Maschinerie angebunden. Das war doch sehr nervig, ich bin oft runtergefallen, weil die Sachen hier inzwischen echt ziemlich im Weg stehen, sag ich mal, um irgendwo rüber oder hoch zu kommen. Und deswegen habe ich das mal alles so ein bisschen Off-Stream gemacht. Wir haben hier diese langen, langen Dinge übers Wasser gezogen, das war nervig. Jetzt kommen auf jeden Fall von überall Ressourcen hier an, können verarbeitet werden. Beton kommt hier an, die Platten kommen hier an, die fortgeschrittene Maschinenteile kommen hier an. Was haben wir noch? Die Rohre kommen an. Ja, und man sieht, sieht jetzt noch nicht so geil aus vielleicht, ein bisschen durcheinander. Aber, ja, noch nicht, noch nicht so tragisch. Bisher passt alles, glaube ich, noch. Wir müssen gleich mal gucken, ob die Sachen irgendwie leer laufen. Ich hoffe nicht. Habe ich Beton bei? Ich hätte vier Betondinger bei. Ich weiß halt nicht, ob das hier ein Problem darstellt. Ich glaube nicht, dass Beton stromleitend ist. Dann könnte man die Lücken, die hier am Rand entstehen, nämlich mit Beton ja wegmachen oder die Wände generell. Um das so ein bisschen auseinander zu hebeln. Ja, Level 1 ist schon vollgelaufen. Ich habe leider noch hier Dinger drin. Und hier sind auch schon über 100 drin, nicht? Sätze, Problem. Und ich glaube auch Level 2 ist schon vollgelaufen. Da ist leer. Aber hier ist voll. Da ist 100 drin, da sind 100 drin, da sind 100 drin, da sind 100 drin. Okay. Also da ist auf jeden Fall erstmal voll, bis wir die erste Forschungs-Server-Sache wieder anbinden. Dann werde ich die auch los. Ähm, aber wir haben jetzt alle drei Level, die wir brauchten. Also Level 1, Level 2 und Level 3 sind wieder hergestellt. Vier gibt es noch nicht, fünf kommen später. Das heißt, auf Ebene 3, auf der hier, sind theoretisch die Forschungs-Server dann landen. Ich weiß noch nicht, in welchem Abstand. Aber das wäre zumindest erstmal die Höhe. Und wir sehen hier unsere Fabrik. Ich weiß halt nicht. Na? Steuerung F? Aber ich komme da nicht hier ran. Shift F. Komm. Er kommt da nicht ran, oder was? Boah, nee. Nicht wirklich, oder? Ach, Mann. Kommst du hier den ein... Ach, du... Sag mal. Kommen wir jetzt da ran? Jawohl. Okay. Dann muss ich nämlich nicht bis unten laufen. So. Erstmal weg. Bis hierhin ist ja eh was. Und wir müssen hoch und runter. Wenn ich jetzt von hier unten gucke, oder von hier, können wir es ja mal testweise... Können es ja mal... Okay, anderer Platzierungsmodus. Der Platzierungsmodus ist einfach... Äh... Pssst. Und dann ruckelt es auch noch, wenn es lädt. Erst wenn man so das erste Teil platziert hat, dann ist der hier besser. Okay. Ich werde natürlich nach links und rechts hoch gehen. Aber dann würde ich sagen, wäre... Da genau... Obwohl, das geht ja eins tiefer los. Wäre da genau... So das Ding, wo man anfangen sollte. Wir gehen auch genau da los. Mit den Förderbändern. Geht auch sogar genau bis hier. Sehr schön. Und dann kommen da oben die Forschungs-Server einfach hin. Ähm... Aber eigentlich müssen die ja... Eher seitlich zugeführt werden. Das heißt, alle kommen hier an und dann können die hier seitlich in die Server rein. Das würde mehr Sinn machen. Okay. Das heißt, wir brauchen das gar nicht so breiten, nicht wahr? Kommt mir, glaube ich, auch eh sehr entgegen. Da komme ich nicht ran. Das ist... So, wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weg. Machen wir das mal auf der Seite auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Machen wir die 8 auf jeden Fall erstmal weg. Das andere mache ich, der mir nicht oben bin. Das reicht locker, oder? Für 3, 4 Ebenen Höhe. Ja, das passt. Und dann, je nachdem, wie viel Server wir haben, gehen wir da einfach in die Tiefe. So, habe ich noch Leitern. Leitern wären schön. Ich habe keine Leitern mehr. Okay. Ich glaube, das sind 20. Könnte sein. Stellen wir einfach mal ein paar her. Wir brauchen die E. Und dann würde ich sagen, kommen wir so wie da drüben einfach da an. Das hat sich, glaube ich, ganz gut gemacht. Dann kann ich das hier nämlich erstmal wegreißen. Sehr schön. Ja, die kommen natürlich direkt drüber. Und die anderen müssen irgendwie hier hochkommen. Das ist dann aber deren Problem. Beziehungsweise meins. Aber erstmal ist es deren Problem. Und ich habe nur zwei Forschungs-Server dabei. Okay. Machen wir mal hier so ein Vierer-Abstand zum Rand und zwischen den Dingern ein Dreier-Abstand. Dann haben wir die beiden Forschungs-Server schon mal. Das könnte eng werden, oder? Mit den dreien, vier nach vorne. Na ja, na ja, na ja, na ja. Gucken wir mal. Und dann hole ich die anderen. Die haben keinen Strom. Ich glaube, ich kümmere mich erst um den Strom. Hier haben wir die Besonderheit. Wir haben ja hier keinen direkten Anschluss. Vielleicht müssen wir hier wirklich straight runtergehen. Das wäre das hier. Ein weiter nach vorne, oder? So. Dann hat die Plattform nämlich Strom. Sehr gut. Strom kommt an. Und dann packen wir das, was wir davon haben, schon mal da rein. Und dann sind wir die nämlich los. Und dann sind wir die nämlich los. Da haben wir nämlich mehr Raum, um Trick 17 zu machen. Ab nach hinten. Und den Rest hier mal wegreißen. Sind alle Server schon weg? Wo sind denn? War ich denn die gelagert? Okay. Und hallo, Normalement. Hier ist Beton drin. Das ist gut. Das können wir zum Baum benutzen. Hier sind alte Sachen drin. Hier ist nichts drin. Und hier sind auch alte Sachen drin. Hier ist Kram drin. So was können wir hier mal nehmen. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Erde. Pellets. Brauchen wir auch nicht. Okay. Unseren kleinen Companion haben wir auch woanders aufgebaut, oder? Ich hoffe, ich hoffe es für ihn sehr. Wenn nicht, dann ist er erstmal schlafen gelegt, würde ich sagen. Und der Strom geht ja hier komplett außen rum. Das heißt, die kann ich ja mit wegreißen. Hm. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Weg. Hätte ich den Strom jetzt auch anders führen können, nicht wahr? Das kann auch weg. Weg. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Hm. Die wir lieber hier lassen. Falls wir irgendwann mal runterfallen, dann... Kommen wir auch so nicht mehr raus. Doch. Das haben wir uns ganz schön verbaut. Aber okay. Äh. Die Sachen lasse ich mal hier. Oh. Ah. Das kann natürlich weg. Der Strom hier hat auch gar keine Daseinsberechtigung mehr. Okay. Der läuft erst da hinten lang. Ah. Ich hab das schon damals da um die Fabrik geführt. In cleverer Weise. Nicht... Ist durch die Fabrik geführt. Vor Brück. Man sieht richtig, dass hier mal was war. Hä? Aber jetzt ist alles weg. Okay. Dann kann ich dieses Label alt, glaube ich, auch entfernen. Da ist irgendwas ist da noch. Steht den. Gerade zu. Hier müsste irgendwo was sein. Ich seh nix. Und unten drunter macht keinen Sinn, wenn da was wäre. Wo ist das Zeug? Ich muss genau jetzt vor uns liegen. Okay. Die Minimap aktualisiert sich also nicht korrekterweise. Okay. Ja, wo hab ich denn denn die Server hingelegt? Hä? Gute Frage. Nächste Frage. Das kann hier auch alles weg. Die Kapsel können wir stehen lassen, oder? Die brauchen wir eh nicht. Oh, wir können nur bis hierhin abreißen. Oh, jetzt hab ich sie mit abgerissen. Naja, gut. Weg ist weg, würd ich sagen. Dann kann die Natur sich hier wieder erholen. Und zurückkommen. Bis auf dieses eine Stück, was wir jetzt noch mit Kisten gefüllt haben, in denen Müll liegt. Boah, dann haben wir, glaube ich, alles weggerissen an Förderbändern bis vorne. Und Co. Ich find komisch, dass die vorkommen noch angezeigt werden, wenn die alle sind. Und damit endet ein großer, großer Abschnitt, nicht wahr? Wir hatten gute Momente an dieser Fabrik. Wir sind oft runtergefallen. Wir haben oft geweint. Wir haben uns oft geärgert. Aber wir haben auch viel produziert. Aber jetzt geht's in die moderne Zeit rüber. Ja, was jetzt spannend ist, ist, haben wir richtig skaliert. Was ich nämlich zum Beispiel sehe, kommt ja gar nix an. Haha. Und warum kommt hier nix an? Weil hier Platten fehlen. Scheiße. Die Platten werden jetzt da hergestellt. Das heißt, die müssen wir anschließen, weil die sind das Kernstück. Problematisch an der Sache ist, wir haben nicht mehr so viel Förderbänder. Ich werde erstmal alle herstellen, die gehen. Die Dreier von dem noch herstellen. Dann haben wir erstmal die alten Sachen nochmal weg. Dann fehlen uns wieder Platten. Okay. Auf der Höhe würde ich mal sagen, fangen wir an, das zu zu setzen. Ja, dann kommen wir auch an dem Strom vorbei. Ja. Auch an den Bäumen können wir sie also mal stehen lassen. Sehr gut. Kriege ich nicht noch mehr Biomüll. Aber der Felsen. Du musst wieder der Imposter sein. Du kleiner Kacka, du. Apropos Kacka. Wer hatte heute auch einen wunderschönen Montag? Oder wer hatte keinen schönen Montag? Das ist ja auch eine berechtigte Frage. Es geht hier immer nur Montage. So, hier ist das Blöde. Kommen wir eigentlich hinten raus? Das Schlimmste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich bin ja gestern nach der 100 Kilometer Radtour nach Hause gekommen, um dann festzustellen, dass der YouTube-Stream auf Privat stand. Danke, YouTube, für diese geniale UI-Führung. Nicht... Vielleicht müssen wir hier raus und da rum. Oh. Ja, das war natürlich super frustrierend. Ich habe mich schon gefreut. Oh, wie viele Leute haben auf YouTube vielleicht zugeguckt, hatten Spaß beim Streamen und dann hat sich rausgestellt niemand. Einfach weil er, und das ist jetzt das Lustige an dieser UI-Führung, der übernimmt nicht die Einstellungen, die man zuletzt in dem Stream gemacht hat. Nein, der übernimmt auch die Einstellungen, die man zuletzt auf dem Video zum Livestream gemacht hat, was gar nichts mehr mit dem Livestream-Einstellungen zu tun hat. Ich habe halt das Video des letzten VODs offline gesetzt. Und wenn man dann Einstellungen übernimmt, sagt vom letzten Livestream, übernimmt aber die vom letzten Video zum Livestream. Und das finde ich nicht gut gelöst. Das war auf jeden Fall Pain. Painy-Wainy. Und da habe ich mich schon ein bisschen geärgert. Und ich glaube, ich habe das Förderband falsch rumgebaut. Ja, ihr habt auch nichts gesagt. War ein Aufmerksamkeitstest. Bin enttäuscht. Oh, einen daneben noch. Ja, ne, auf jeden Fall absolut grottige Menüführung. Oh, ich habe doch richtig rumgebaut. Okay. Schaffen wir es? Jawohl. Und hallo, Rebound Flighty. Willkommen, willkommen. Und wir stellen auf Ausgang. Und dann gehen die Platten wieder raus. Okay, das macht natürlich jetzt wenig Sinn. Andererseits, warum liegen hier eigentlich nicht... Oh, wir kriegen nicht genug Platten rein. Kann das sein? Oh, weil wir nicht genug Erz reinkriegen. Weil... Ähm... Was ist hier los? Ich stehe noch aus Output. No Foundation. Scheibenkleister. Hä? Oder so jetzt Foundation. Okay. Okay. Dann müssen wir nochmal nachschärfen. Warte mal. Wir müssen so oft hier hoch... Ich baue mir jetzt hier eine Leiter hin. Oh. Ganz ehrlich. Manchmal kommt er nicht über ein einziges Ding. Und jetzt katapultiert er mich hier über eine Plattform von acht Dingern einfach. Wenn ich nur von der Leiter hochkomme. So komisch. So, was stört die denn jetzt noch? No Power. Aber die ist doch an dem Fahrstuhl mit dran. Interessant. Interessant. Okay, dann machen wir es halt so, dass wir uns hier einen Laufweg drum herum bauen. Das ist eh okay. Aber normalerweise sollte der Fahrstuhl die Energie an die Plattform liefern. Hm. Dann machen wir hier noch zu. Klong, klong. Kling, dong. Dann können wir nochmal die Leiter von da wegnehmen. Ohne Strom nix los. So sieht's aus. Und ohne Moos noch weniger. Obwohl. Geld brauchen wir hier gar nicht. Eigentlich ganz cool. Ähm. Ja, von wo kommen wir eigentlich immer an? Machen wir lieber einfach auf der Seite, nicht? So. Dann kann ich nämlich auch nicht rüberspringen, sondern spring nur gegen den Fahrstuhl. Das ist ganz gut, glaube ich. Und die Kisten sind ja auf lange Sicht auch weg. Das wäre auch nur gewesen. Apropos Kisten, da sind die Forschungsserver drin. Äh. Das macht Sinn. Da ist auch noch eine Leiter. Sehr gut. Da können wir noch die Steine weglegen. Und dann... Klong, klong, klong. Ah, hier ist kein Lager zwischen, nicht? Oh, wir haben kein Lager. Oh. Seit wann spielst du Foundry? Oh, seit der ein Alpha... Beziehungsweise seit es im Dings ist. Ähm. Bei... Wie hieß das Ding? Itch.io. Also schon eine ganze, ganze Weile. Okay, wir müssen hier ein Lager noch zwischenhämmern. Das habe ich ganz vergessen. Wir hatten nämlich vorher ein Lager und jetzt nicht mehr. Hups. Boah, noch die Container. Ich vergesse mal diese... Undock-Dinger. So. Dann kann der das zwischenspeichern erstmal. Ah, das habe ich vergessen. Auf der Seite habe ich es gemacht erstmal. Aber da hinten nicht. Äh. Naja, gut. Nach dem Umbau kann sowas auch mal passieren, nicht wahr? So, können wir da unser Zeug jetzt loswerden? Jawohl. Da haben wir da auch ein paar weg. Können die nämlich unten endlich mal wieder arbeiten. In dem Spiel, äh, nicht drin, sieht aber aus wie das Spiel, wo man mehrere hundert Stunden reinstecken kann. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich kann mal auf, äh, nicht Twitch, äh, Steam gucken. 32 Stunden spiele ich es auf Twitch, äh, auf Twitch, auf Steam. Aber wie viel ich es insgesamt gespielt habe, dann würde ich sagen 100 erstmal. Weil früher war ja noch nicht so viel drin. Und ich habe es nur einmal angezockt. Da war ich ungefähr so weit wie jetzt. Aber es ist nur Early Access. Das heißt, die Mechaniken werden sich noch ändern. Und, äh, viele Sachen werden sich noch verändern. Von daher kann man auch gespannt sein, was da alles, äh, passieren wird. So, und ich würde sagen, wir brauchen die Platten. Also, let's go, raus mit den Dingern. Hop, 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 hop. Und da fließt es. Und hallo, Lightrow. Willkommen in der Fabrik. Gute Musik. So muss es sein. Ich hoffe heute auch laut genug. Oh mein Gott. Was, äh, was ich noch zocken will. Ja, das, das kennt man. Ich habe zum Glück, äh, nicht so viel. Weil ich sehr picky bin, was Spiel angeht. Und ich weiß, was mir Spaß machen würde. Bei Spielen, wo ich weiß, die spiele ich nur 20, 30 Stunden. Die fange ich gar nicht erst an. Das, das lohnt sich nicht. Meistens sind die auch dann zu teuer. Für mich muss ein Spiel Minimum unter 1 Euro pro Stunde fallen. Damit ich überhaupt drüber nachdenke, ob ich spielen wollen würde. Und wenn ein Spiel mit 80 Euro loslegt, aber dann nur 10 Stunden Spielzeit hat, dann ist es schon mal raus. Das heißt, alle Ubisoft-Spiele sind raus. Alle EA-Games sind sowieso raus. Eigentlich alle Triple- und Quadruple-A-Spiele sind heutzutage damit dadurch raus. Weil die meistens nur gegen Season Pass Zusatzkosten dann den Inhalt haben auf lange Sicht. Anno 1800 zum Beispiel, das war für mich einer der Untergänge. Was so Spielmechaniken anging leider. Und danach wurde es nicht besser mit Starfield und dann City Skyline 2 als Höhepunkt des Untergangs von Spielgenre, nicht wahr? Jetzt müssen wir auf eine neue Firma warten, die einen ordentlichen City-Bilder mal rausbringt. Aber das wird wahrscheinlich lange auf sich warten lassen. Warum kommt denn hier nichts raus, aber ständig auf den, der eh schon voll ist? Der hat doch genug. Genau wie der. So. Pschsch. Ihr habt noch andere, wo rausgehen soll. Verteilt das nicht gut. Ja, deswegen glaube ich, ist es besser, einen Ausgang zu haben und dann lieber mit den Verteilern zu arbeiten. Komplett. Weil die das dann sauber verteilen. Guckt mal, wie unregelmäßig der nämlich das ausgibt. Auf dem hier landet fast nie was. Da, auf dem mal ein. Und der hier ist voll. Und der kriegt gar nichts ab hier. Gut, es kommt halt auch nicht genug rein, vielleicht. Davon mal abgesehen. Ich meine, das Gute ist, es staut sich hier dann in den Lagern. Und die hier kriegen ja, die die Platten herstellen, die kriegen genug. Das hatten wir ja eigentlich ausgemessen. Nur wenn wir es erweitern wollen, dann wird es irgendwann kritisch. Die, diese Leute kriegt auf jeden Fall mehr als die. Man sieht es richtig. Aber solange es jetzt reicht erstmal, ist es okay. Müssten eigentlich mehr Platten werden. Hier haben wir es geschafft. Hier ist konstant. Na gut, und hier muss ich erstmal das Fließband einmal komplett auffüllen. Das dauert halt auch eine Weile. Hast du die E-Scooter-Tour verfolgt? Natürlich verfolge ich die. Bis eben habe ich sie geguckt. Ich werde auch nachher nochmal weiter gucken. Wobei mich nur eigentlich Ronny davon interessiert. Die meisten kenne ich gar nicht. Nur von der letzten Tour habe ich die schon mal wahrgenommen. Aber war bei denen noch nie im Stream drin. Habe ich auch kein Bedürfnis. Ich spiele noch nicht Sachen oder machen Content, der mich sonst interessiert. Und der hier hinten, der kriegt natürlich auch eher weniger, nicht? Also der hier kriegt natürlich... Hier geht der 50-50, nicht? Hier geht auch 50-50. Das heißt, der kriegt aber nur noch 25% von dem, was da reinkommt. Der kriegt nur noch 12,5%. Der kriegt nur noch 6,25%. Der kriegt nur noch... Okay, das ist an diesem Ding ein Problem. Das ist nicht so geil. Eigentlich müsste ich... Das... Hat eher wie so ein... Ja, wie die anderen Systeme aufbauen, nicht? Das haben wir hier mit als erstes aufgezogen wieder. Ich meine, das wird sich füllen. Der wird nie alles verbrauchen. Der wird sich füllen. Ah, hier. Dadurch kommt hier natürlich dann nicht so viel an. Hier permanent. Hier auch. Aber hier dann gar nicht. Mal einer. Schlechte Verteilung auf jeden Fall. Na gut, warten wir erst mal, bis sich die Platten da hinten beruhigen. Dann beruhigt sich das hier vielleicht auch wieder. Ah, guck mal. Jetzt staut es sich hier langsam. Okay. Also ein Kapazitätsproblem. Ronny zu den Bergen. Der alte Alunke. So sieht es aus. Ronny de Burgaler. Magst du meinen Stream... Magst du mit deinem Stream zusammen gucken? Nee, das wäre ja verboten. Du darfst ja nicht einfach Streams von anderen Streamen. Also nicht ohne Erlaubnis. Und selbst dann... Nein. Wie gesagt, Reaction Content... Ihr könnt doch selber gucken gehen. Ihr seid mündige Menschen. Ihr wisst, wo die anderen Streams zu finden sind. Da könnt ihr dann gucken, wann ihr da wollt. Da braucht ihr nicht ein Gesicht wie meins daneben, was dann... ...daneben sitzt. Dann muss ich zwischen Ronny und dir hin und her schauen. Du kannst mich einfach in einem Tab offen lassen. Im Hintergrund. Und einfach nur Ronny gucken. Das ist vollkommen legitim und okay. Es ist lustig zu sehen, wie die Akkus der Scooter bergverrecken. Ja. Bergauf verrecken die Scooter-Akkus. Und bergab verrecken die Bremsen. Es ist herrlich. Wir haben eine interne... Oder interne. Eine kleine... Äh... Ja. Frage heute Morgen schon gehabt. Die Moderatoren und ich. Was wird zuerst brennen? Die Bremse oder der Roller? Es wird... Wird auf jeden Fall noch lustig. Medieval Dynasty über 280 Stunden und immer noch dabei. Ähm... Interessant, dass du sagst. Das wollte ich auch mal spielen. Das Problem ist, bei dem Spiel kann man sich... ...den Bildschirm auswählen, auf denen es startet. Oder auf dem es gespielt wird. Von daher war es für mich dann raus. Sowas. Also... Spiele, wo ich nicht mal den Bildschirm auswählen kann. Oder die sich nicht merken, auf welchem Bildschirm sie zuletzt gestartet wurden. Sind für mich meistens... Heutzutage raus. Weil ich finde, das ist eine Zeile Programmierarbeit, die man heute machen müsste. Und dass man davon ausgehen kann, dass Leute mehr als ein Bildschirm besitzen. Sollte man machen. War ich ein bisschen enttäuscht. Äh... Aber... Früher... Wo ist es denn? Mediwe Dynasty da. Insgesamt habe ich 100 Stunden da drin. Naja. 96,8, um genau zu sein. Ist schon ordentlich. 100 Stunden ist schon gut. Du bist Mod bei Ronny? Nee, nee. Aber ich rede gerne mit den Mods. Einige raiden ja auch manchmal hier rüber. Vielen Dank dafür übrigens. Ich bin ein bunter Hund in den Chats da drüben. Der nervige, der in jedem Chat rein ploppt. Gut. Außer jetzt heute bei Knirps. Wegen der Ronny Tour. Und weil ich nach dem Essen dann meistens auch nicht mehr anfange zu chatten aktiv. Weil ich dann ja selber streame. Dann ist immer doof. Aber... So ist es halt. Okay. Also hier ist jetzt voll, nicht? Das hat sich beruhigt. Hier ist noch leer. Das heißt, irgendeine Seite wird halt bevorzugt und eine benachteiligt. Und ich... frage mich, wieso. Warum geht das hier eher raus? Und warum denn da? Also ich würde ja sagen, der führt von hinten nach vorne raus, nicht? Weil das am hintersten ist, geht es hier zuerst raus. Und dann von links nach rechts kann nicht sein. Dann kommt der. Dann der. Dann der. Und dann erst er. Also von unten und dann von rechts nach links. Sehr merkwürdig. Okay, also das funktioniert so nicht. Ich mag die großen Channel nicht. Ja, die ganz großen mag ich auch nicht. Die anderen von der Rasselbande haben ja recht kleine Shads meistens. Oder sehr viele Zuschauer, aber sehr ruhige Leute. Da geht das. Heute ist echt Eskalation. Aber im Stream, das liegt natürlich auch an den... Weil die Shads sich durchmischen. Ja. Wie kann man bei 50 Nachrichten pro Sekunde vernünftig mit jemandem chatten? Oh, das klappt schon. Ähm, du kannst dir zum Beispiel... Hab ich jetzt nicht. Shatterino runterladen. Da kannst du zum Beispiel auch Leute filtern, dass die dir eher angezeigt werden. In Tabs. Und sowas. Das ist ziemlich mächtig. Aber ich hab, äh, schon früher, ähm, Foren so unter Kontrolle gehabt, dass ich immer jeden neuen Beitrag in einem Forum lesen konnte und auch drauf schreiben konnte und die Leute nicht verstanden haben, schon damals nicht, wie man auf zwei, drei, ähm, Nachrichten gleichzeitig antworten konnte, wo sie nicht mal ihre Nachricht gerade abgeschickt haben. Ich war so ein richtiger Forum-Troll. Und dementsprechend so einen schnellen Chat lesen und die wichtigen Nachrichten erkennen von den Leuten, das funktioniert eigentlich ganz gut. Nur wenn man nebenbei zockt, nicht? Oder was anderes macht, dann kann man natürlich nicht so viel lesen, wie man möchte. Zum Beispiel auf der Radtour erkenne ich das Handy nicht so gut. Ähm, weil die, ähm, Handy-App sehr, sagen wir mal, ein dürftiges Kontrastverhältnis hat. Ja, wir müssen irgendwas ändern. Also hier geht's. Wir kommen nicht genug an. Das heißt, hier müssen wir was ändern. Hier können wir nichts ändern, ne? Hier kommt schon in doppelten Maße das Zeug an. Das ist gut. Ich nutze Handy-Chat und TV-Bilds. Deo-Anlage für Ton für Twitch. Da gibt es keine Tabs, ja. Aber Handy für Chat. Auf dem Handy gibt's doch sicher auch sowas wie Chat-Reno, wo man ein bisschen besseren, äh, Twitch-Chat hat. Das sollte das eigentlich geben. IAC ist jetzt, äh, schon etwas älter. Oder du kannst dich auch mit jedem alten, ähm, selbst ICQ könnte sich wahrscheinlich, gut, gibt's ja jetzt nicht mehr, äh, arbeitete mit dem gleichen Protokoll, soweit ich weiß. Da könnte sich auch mit Twitch verbinden. Also das ist keine Magie. Ich glaub, das Protokoll ist von 1992 oder so, dieses Chat-Protokoll. Klar, Twitch ein paar Erweiterungen wie Farben, etc. drin, die nicht jeder Client kann, aber moderne Clients können das schon. Das ist ja halt eine Norm. Das ist ja nicht von denen erfunden worden. Ich hab' keine Idee, wie wir das hier besser zusammenlegen. Also ich könnte den natürlich mit einer Aufteilung belegen. So, dass wir das hier wegmachen. Okay, wir machen mal eine Seite auf Test. So, nicht? Das hier bringt dir eh nix. So, wir merken, oh, da kommt eh nix raus. So, wenn ich jetzt hier eine Teilung mache, ich bräuchte einen Dreiteiler. Aber wenn ich hier eine Teilung hinmache, bräuchte ich noch eine Teilung. Ich mein', die Situation wird jetzt nicht besser, nicht deutlich besser, aber vielleicht auch nicht schlechter. Das ist schon mal gut. Gut. Also. Den machen wir da hin. Den machen wir da hin. Bup, 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 bup. So. Dann fließt hier Wingsing kontinuierlich. Der kriegt immer noch mehr und die anderen. Also der kriegt 50 und die kriegen beide 25. Das ist aber mehr, als sie vorher bekommen haben über die anderen beiden. Wir können in die Forschung, wenn wir wieder können, da gibt es diesen verbesserten Verteiler. Den Auswahllader. Aber ich glaube, der macht nur geeichte Sachen. Transformator groß. Nee. Solarmodule. Langstreckenscanner. Bauindustrie. Funktürme. Sprengstoff. Abbaueffizienz. Lastenaufzüge. Chemische Verfahren wäre das Nächste. Ohne die kommen wir nicht weiter. Glas. Brennofen. Brauchen wir nicht. Pumpen. Ja. Okay, es gibt nur den Auswahllader. Ich dachte, es gab nur so einen Verteilungslader. Hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ronny und Co. haben den ersten Pass geschafft. Jetzt habe ich das verpasst. Oh, oh, oh. Naja, dann hast du ja nur noch drei Passe heute, die sie schaffen müssen. Ich meine, die Akkus sind jetzt schon durch. Also, ich würde mir nach dieser Aktion von denen nicht einen Roller für 1000 Euro kaufen, muss ich mal sagen. Das ist jetzt nicht so die beste PR. Ah, kommt immer noch nicht genug auf der Seite an. Obwohl hier natürlich jetzt mehr rausgehen müsste. Wenn wir das hier auch noch aufteilen, dann müsste auf beiden Dingern der 50-50 rausgehen. Oh, oh. Boden weggerissen. Nicht gut. So, jetzt fließt, glaube ich, in alle Richtungen gleichmäßiger. Das kriegt die irgendwie mehr. Gibt es vielleicht Container mit ein bisschen besserer Verteilung? Vielleicht gibt es gewichtete Container. Denkmal. Brennstäbe. Bandausgleicher. Hier, den hier brauchen wir, glaube ich. Ermöglicht die Teilung oder Zusammenführung von zwei Förderbändern mit schnelleren Bändern. Ah, nee. Der ist nur Level 3. Das sind Level 3 Förderbänder. Dekor, Licht, Bergbaulaser. Da brauchen wir aber die nächste Forschungsstufe. Dafür brauchen wir Öl. Rolltreppen. Oh, Rolltreppen. Angertore. Tür doppelt. Licht, Dekor, Tür, Schilder. Das brauchen wir alles nicht. Und das andere ist viel zu weit weg. Ich glaube, so ist schon besser. 546. Hier aber noch leer. Aber jetzt füllt sie es hier langsam. Okay. Das hilft schon mal. Dann kommen hier gleichmäßiger Platten rein von beiden Seiten. Okay. Das gefällt mir. Ich schaue mal, wie die Bremsbeläge durchbrennen. Ja. Die sollen wohl vielleicht glasen, wenn du zu doll bremst bei den ähm, bei den Rollern. Da bin ich mal gespannt. Gut, wir gehen jetzt mal gucken, ob da hinten jetzt alles ankommt. Platten laufen auf jeden Fall wieder. Die sind auch total verpeilt und unsystematisch beim Laden der Akkus. Würde die Akkus ganz anders tauschen und laden, als die es machen? Ja. Ich meine, gefühlt sind sie losgefahren und nach einem Kilometer mussten sie schon den Akku wechseln, weil sie bergauf gefahren sind. Also ich weiß nicht. Ich glaube, die Akkutechnik ist dafür nicht gemacht. So, also hier unten, die Dinger kommen an. Die liegen auch an. Das ist sehr gut. Das heißt, davon sind genug da. Wir sehen auch die Rohre. Die liegen auch an. Da ist auch das Förderband voll. Ist also genug da. Die können hier die ganze Zeit ballern, aber da Forschungspakete eins voll da sind. Okay. In der zweiten Ebene höre ich noch, dass gebaut wird. Weil hier anscheinend noch Kapazitäten innen drin da sind. Aha, aha. Aber hier kommen auch nur Stäbe und Platten an. Und Stäbe und Platten sehen wir ja sind genug da. Und ah ja, die, die rutscht nach jetzt. Die werden hier noch verbraucht. Aber da ist auch voll. Und Level 3 da liegen die erweiterten an. Die sind auch noch da. Die Rohre liegen auch noch an. Und ich gehe mal ganz nach oben. Und Beton liegt auch noch an. Das Einzige, was eigentlich gerade verbraucht wird, sind wirklich diese Maschinenteile. und dann ab und zu mal die anderen. Weil anscheinend noch nicht alles vollgelaufen ist. So. Ich würde sagen, ich baue hier die Sachen um auf Beton ein bisschen am Rand und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und in der bauen wir dann die Forschungserver weiter. Bis gleich.